Im letzten Teil dieser kleinen Videoreihe geht es jetzt noch um die FDP und um die Linke. Die neuesten Umfragen sehen die FDP tendenziell bei 6%, also im Landtag, wohingegen die Linke nur auf 4% und damit nicht in den Landtag kommen wird. Aber das sind Prozentwerte, die durchaus noch Spielraum nach oben und nach unten haben. Und schauen wir doch mal zunächst auf die FDP, die ja scheinbar etwas sicherer im zukünftigen Landtag vertreten sein wird. Dort haben wir in erster Linie Personenplakate, und zwar einmal von Volker Wissing und von Cornelia Willius Senzer. Und auffällig bei allen Plakaten ist die gleiche Plakatunterschrift, schauen wir nach vorn. Also ein Blick nach vorne in die Zukunft, dieses schauen wir, das ist im Grunde, wenn man das mal grammatisch anschaut, ein Hortativ. Also lasst uns schauen, das ist also eine Anregel mit dem Wähler. Das ist jetzt nicht nur, dass die FDP nach vorne schaut, sondern schauen wir, dieses Wir bezieht auch den Betrachter, den Leser und den potenziellen Wähler und eigentlich alle ein. Jetzt ist die Frage, was wollen wir diese Wahlplakate denn sagen? Und da muss man sagen, die FDP hat Wahlplakate, die nicht gerade viel von ihren Inhalten preisgeben. Volker Wissing, bereit für Rheinland-Pfalz, das sagt nichts über das aus, was er machen möchte, heißt nur, dass er sich bereit fühlt, ein Amt zu übernehmen, in möglicherweise in Regierungsarbeit beteiligt zu sein, wobei das prozentual gesehen wohl nicht passieren wird, aber er ist bereit für die Arbeit in Rheinland-Pfalz. In Ordnung. Das haben wir ja schon häufiger gesehen, so personelle Plakate glänzen ja nicht so sehr mit Inhalten, sondern vielmehr mit irgendwelchen Slogans, die diese Person charakterisieren sollen. Also man soll den Eindruck bekommen, er ist bereit. Der macht den Haushalt, das ist so eine Art Wortspiel, klar, der macht ja sogar den Haushalt, vielleicht auch irgendwie noch, um dieses klassische Familienbild nochmal irgendwie zu verwischen, also eine bewusste Anspielung. Der macht den Haushalt hier natürlich in einem ganz anderen Sinne gemeint, aber auch hier ist die Frage, ja, was macht er denn im Haushalt? Was möchte er denn machen? Okay, der macht den Haushalt, den Finanzhaushalt, aber in welchem Sinne? Also das erfährt man als Leser und als möglicher Wähler gar nicht. Und bei Cornelia Villius-Denzer sieht es jetzt nicht unbedingt viel besser aus, was im Grunde den Inhalt angeht. Da heißt es Rheinland-Pfalz, Anbaugebiet für neue Ideen. Okay, Anbaugebiet, das in Verbindung mit Rheinland-Pfalz zu bringen, ist logisch, wenn man an den Weinbau denkt. Das ist also eine bewusste Anspielung, ein bewusstes Wortspiel. Nur das Problem ist in dem Fall, wenn man sich das Wahlplakat ansieht, dann könnte man sich doch eigentlich gut vorstellen, Anbaugebiet für neue Ideen, das entweder in Weinberg zu sehen ist oder irgendetwas, was nicht mit Weinberg zu tun hat, aber was auch mit Anbaugebiet im weitesten Sinne gemeint ist, zum Beispiel irgendwelche Industrieanlagen, da könnte man ja auch was anbauen. Stattdessen sieht man auf allen drei dieser Plakate von Cornelia Villius-Denzer ihr Konterfei, also ihr Gesicht. Und folglich ist das mit dem Anbaugebiet nun zwar ein schönes Wortspiel, aber man hätte das sicherlich irgendwie noch ausdrucksstärker bringen können. Genauso wenn es heißt, geben wir jeder Idee die Chance groß zu werden. Das ist jetzt natürlich noch gar nicht so speziell, denn man fragt sich, welche Idee, welche Idee soll denn jetzt groß werden? Ja, jede Idee, das ist schön, aber vielleicht eine konkrete wäre gar nicht so verkehrt gewesen, sieht man auf dem Plakat allerdings nicht. Man sieht, wie gesagt, das Konterfei von Cornelia Villius-Denzer. Und auch wenn es heißt, das Ende von Stauland-Pfalz, dann kann man immerhin sagen, das kann man sich auch ohne irgendein Foto vorstellen, was damit gemeint ist, also Infrastruktur ausbauen, das ist klar. Aber man muss sagen, die FDP hat zwar ein sehr farbenfrohes Plakat, die FDP spielt ja momentan mit drei Farben überall, wo man sich die Wahlplakate anschaut, aber die Inhalte, für die sie eigentlich steht, werden hier in Rheinland-Pfalz nicht unbedingt klar. Ja, schauen wir mal auf die Linke und die Linke ist ja eine Partei, die ja im Grunde sehr häufig auf ihren Wahlplakaten sehr üppig und ausschweifend ist, sehr viel Text hat und auch in Rheinland-Pfalz finden wir viele Dinge, die sie benennen. Was man bei den Linken generell sagen muss, ist aber, dass deren Wahlplakate viel Inhaltliches beinhalten und auch hier wieder in Rheinland-Pfalz. Also kein Arzt, kein Bus, Schluss, die Linke. Sehr kurz, sehr knapp, sehr klar. Allerdings auch die Frage, was hat jetzt der Arzt mit dem Verkehr zu tun? Na gut, sagen wir mal, das kann man vielleicht noch irgendwie zusammenbringen. Aber es ist die Thematiken, da hätte man vielleicht dann zwei Wahlplakate draus machen müssen, weil kein Arzt und kein Bus. Das ist jetzt die Frage, wie soll ich das verstehen? Dann haben wir, wie lange wollt ihr den Frieden noch herbeibomben? Ihr groß geschrieben, ist jetzt natürlich nicht an die Wählerinnen und Wähler adressiert, sondern im Grunde an die Regierung beispielsweise und generell an diejenigen, die Kriege führen. Die Linke steht drunter, da steht bei allen drunter, ist aber jetzt wiederum die Frage, ist das Landespolitik? Ist das ein Thema für die Landespolitik? Spreche ich damit die Bevölkerung des Landes an? Was kann das Land Rheinland-Pfalz tun, um den Frieden nicht mehr herbeizubomben? Das ist die Frage, die man sich stellen muss und das sieht man auch bei noch anderen. Zum Beispiel rechts daneben dieses TTIP stoppen, das kann nun mal das Land Rheinland-Pfalz auch nicht. Das ist eine bundespolitische Aussage. Und das ändert jetzt also nichts, wenn ich die Linke in Rheinland-Pfalz wähle, wird damit TTIP ja nicht gestoppt. Das ist eine Sache, die müsste man auf Bundesebene klären. Miete und Energie bezahlbar für alle, das ist wiederum etwas, was man auf Landesebene realisieren kann. Da ist dieses prägnante für alle. Wir haben dann aber auch hin und wieder Wortspiele, zum Beispiel Reichtum umverteilen, Armut bekämpfen. Sehr kurz, sehr knapp und auch sehr klar. In dem Fall also ist die Botschaft nicht missverständlich. Auch mehr Personal in Pflege und Erziehung, Leiharbeit und prekäre Beschäftigung stoppen. Also das sind tatsächlich kurze Aussagen und sehr klar auf Inhalte abgezielt. Für was die Linke für Furore gesorgt hat, wenn man sich die Wahlplakate ansieht, sind zwei mit Personen, die nicht der Linken zugehören. Das ist einmal eine Abbildung mit dem amtierenden Papst, Papst Franziskus. Da heißt es dann, wenn die Politik wirklich den Menschen dienen soll, darf sie nicht Sklave der Wirtschaft und Finanzwelt sein. Das ist in dem Fall natürlich anstößig, weil die Linke und der Papst natürlich jetzt nicht zusammengesehen werden. Also die Linke, die ja eigentlich vom Grund her, vom Marxismus her atheistisch ist und dann der Papst. Aber das ist eine bewusste Provokation, klar. Aber dieses Zitat natürlich auch sehr passend als Kritik an die liberale Wirtschaft, aber auch generell durchaus auch an die Regierung und an andere Staaten gerichtet. Und dann ist noch einmal Helmut Kohl zu sehen, CDU, das passt natürlich auch nicht zur Linken. Da heißt es, die Menschlichkeit einer Gesellschaft zeigt sich nicht zuletzt daran, wie sie mit den schwächsten Mitgliedern umgeht. Also es wird vielleicht sogar versucht, hier Aussagen anderer aufzunehmen und zu sagen, ja schaut euch an, setzen die es um. Das ist jetzt beim Papst natürlich relativ dann nicht gelungen, aber beim Helmut Kohl kann man das durchaus mal versuchen und überlegen, ob das passt. Also zumindest haben diese zwei Wahlplakate für Aufsehen gesorgt und Aufsehen erregt. Man kann aber für die Linke mal zusammenfassend festhalten, dass sie sehr klare Forderungen beschreibt. Sehr kurz und knapp, wenngleich manchmal die Wahlplakate auch etwas mehr Text enthalten wie diese beiden Zitate, klar. Aber ansonsten versucht sie doch relativ knapp wiederzugeben, für was sie steht. Wir halten also mal für Rheinland-Pfalz insgesamt fest. Je nach Partei verläuft der Wahlkampf anders. SPD, vor allen Dingen die SPD, setzt auf den Personenwahlkampf, Malu Dreyer als die bestimmende Person. Da sind die Wahlplakate nicht so an die Thematiken ausgerichtet. Also man erfährt relativ wenig, wenn man sich nur die Wahlslogans anschaut, um was es der Partei geht. Bei der CDU ist es so ein bisschen 50-50. Da soll schon gezeigt werden, Julia Klöckner, das ist eure Frau, die bald regieren soll. Und dann geht es aber auch durchaus um Inhalte. Inhalt stärker, dann schon AfD und Grüne. Grüne vor allen Dingen ordnet sie das ja auch auf Landesebene ein. Im Gegensatz zur AfD und auch teilweise der Linken, die ja auch Forderungen enthalten, die gar nicht auf Landesebene zu klären sind. Und bei der FDP muss man sagen, erfährt man eigentlich nicht viel von deren Inhalte. Man lernt die Personen kennen, die zur Wahl stehen, die Spitzenkandidaten. Aber wie gesagt, da fehlt so ein bisschen noch der inhaltliche Bezug. Also was will die Partei eigentlich wirklich? Weil man als Wähler ja eigentlich nicht die Person wählen soll, sondern die Partei. Und da ist noch die Frage, für was steht die FDP in Rheinland-Pfalz wirklich?